Dieser einsame Strand im US-Bundesstaat North Carolina war vor genau 100 Jahren, am 17. Dezember 1903, die Bühne für einen Wendepunkt in der Geschichte der Menschheit. Die wenigen wirklichen Zeugen dieses Jahrhundertereignisses waren nicht sehr beeindruckt. Und das ist das einzige Dokument des historischen Augenblicks. Eine ausgebleichte Fotografie. An diesem Strand bei Kitty Hawk erfüllte der junge Fahrradkonstrukteur Orville Wright den ältesten Traum der Menschheit. Zu fliegen. Er flog nur 12 Sekunden und kaum 40 Meter. Dennoch war es der erste motorisierte Flug der Menschheit. Doch der tatsächlich erste Flug gelang der Natur schon 300 Millionen Jahre vor diesem kalten Dezembermorgen. Die 12 Sekunden von Kitty Hawk markieren unseren Aufbruch in eine neue Ära. Doch das Fliegen ist auch eine der größten Erfolgsgeschichten der Natur. Gleich viermal verlieh sie Flügel. An Insekten und Flugsaurier. An Fledermäuse. Und natürlich an die Vögel. Wie also schneiden unsere Flugmaschinen ab im Vergleich zu den Überfliegen der Natur, die die Evolution seit Jahrmillionen perfektioniert. Immerhin hatten wir nur 100 Jahre Zeit, um den Vorsprung aufzuholen. Von ihrem Erfolg beflügelt kehrten die Gebrüder Wright in ihre alte Heimat Ohio zurück, um ihre Fluggeräte weiterzuentwickeln. Zwei Jahre später konnte der Wright Flyer 3 bereits fast eine Stunde in der Luft bleiben. Ein Teil ihres Erfolgs lag in der genauen Naturbeobachtung. Allerdings war dieser Erkenntnisprozess alles andere als einfach. Was die Fotografie von Kitty Hawk nicht zeigt, ist der Umstand, dass der Wright Flyer 1 eigentlich unmöglich zu fliegen war. Er war extrem instabil. Orville Wright konnte ihn kaum in der Luft halten. Und schafft es auch nicht länger als jene legendären 12 Sekunden. Und das war schon eine übermenschliche Leistung. Den Flug zu steuern und zu stabilisieren, auch die Natur musste diese Probleme lösen. Vögel müssen auf die sich ständig verändernden Windströmungen mit tausenden winziger Kurskorrekturen reagieren. Über Jahrmillionen hat ihnen die Evolution Reflexe angeboren, die wir nie erlangen werden. Diese Rotschulterstärlinge reagieren so schnell, dass jeder Vogel seinen Kurs in Sekundenbruch teilen, an den des Nachbarn anpassen kann. Nur so kann sich dieser dichte Schwarm wie ein einziger riesiger Flugkörper bewegen. Im Winter 1903 waren die Wrights in North Carolina von diesen Schwärmen umlagert, von denen einer bis zu 10 Millionen Vögel umfassen kann. Diese Überlegenheit in der Luft muss ihnen wie eine Verhöhnung vorgekommen sein. Sie kämpften damit, in einer geraden Linie wenigstens ein paar Sekunden in der Luft zu bleiben. Dennoch machten sie schnell Fortschritte. Nur zwei Jahre später hatten die Wrights das erste praktikable Flugzeug entwickelt. Und nun ging die Menschheit wirklich in die Luft. Wilbur Wright starb 1912. Doch sein Bruder erlebte noch den ersten Düsenjet. Und nur 60 Jahre nach Orwells erstem Flug landete die Menschheit auf dem Mond. Allerdings war unser Start in den Himmel ziemlich holprig. Die meisten frühen Flugzeugdesigns setzten eher auf einen Fingerzeig Gottes als auf die Gesetze der Aerodynamik. Der große Fehler lag darin, dass wir die Natur zugetreu kopierten. Die Annäherung schien offensichtlich. Wenn Flügel schlagen Vögel fliegen lässt, warum nicht auch uns? Doch all diese Maschinen, so genial sie auch waren, erhoben sich niemals in die Lüfte. Einige Pioniere verfolgten einen völlig anderen Weg. Und legten den Grundstein für den Durchbruch der Gebrüder Wright. Lange bevor Wilbur und Orwell vom Fliegen träumten, war der deutsche Ingenieur Otto Lilienthal davon überzeugt, dass das Geheimnis des Fliegens in der Beherrschung des Gleitflugs lag. Obwohl es sich dessen nicht bewusst war, tat Lilienthal genau das, was die Natur Millionen Jahre vor ihm getan hatte. Im Gleitflug können Tiere sehr schnell große Distanzen überwinden, ohne viel Energie zu verbrauchen. Eine effiziente Art der Fortbewegung. Vor allem in einem Wald mit hohen Bäumen. Selbst Tiere, an die man dabei kaum denkt, wie Frösche und Echsen, sind gute Gleitflieger. Der Borneo-Flugfrosch hat die Schwimmhäute zwischen seinen Zehen zu Gleitschirmen umgebildet. Und segelt damit mühelos durch den nächtlichen Wald. Und der Falten-Gecko verfügt über ausgeklügelte Hautmembranen am Körper und am Schwanz, die sich in der Luft öffnen und einen perfekten Gleitflug ermöglichen. Doch die besten Gleitflieger sind die Säugetiere. In Australien segeln viele verschiedene Beuteltiere durch die nächtlichen Wälder. Etwa diese Kurzkopf-Gleitbeutler. Wie alle anderen Gleitzeuger hat er Hautfalten entwickelt, die sich zwischen Vorder- und Hinterbeinen spannen. Indem er diese Flughäute dreht und den Schwanz als Steuerruder verwendet, kann er in der Dunkelheit zu einem 100 Meter entfernten Baum segeln und dort sicher landen. Viele Wissenschaftler stimmen heute darin überein, dass vor etwa 60 Millionen Jahren ein uriger Vorfahre dieses Tieres vom Gleiten ins Fliegen kam. Die erste Fledermaus. Lilienthal hatte keine Ahnung von der Evolution der Fledermäuse. Dennoch folgte er genau ihrem Beispiel. Erst sagte er sich, müsse man den Gleitflug erlernen. Und das tat er mit großem Enthusiasmus. Er konstruierte 16 verschiedene Gleiter. Und absolvierte über 2000 Flüge. Doch steuern konnte er nur, indem er seine Beine von einer Seite zur anderen verlagerte. Obwohl mich der Wind oft stark hin und her schleuderte und ich zuweilen einen Tanz in der Luft ausführen musste, um das Gleichgewicht zu behaupten, schrieb Lilienthal im Dezember 1895, so gelang mir doch stets die glückliche Landung. Acht Monate später gelang sie ihm nicht. Lilienthals Tod lehrte die Gebrüder Wright eine wichtige Lektion. Wilbur erkannte, dass Lilienthal abstürzte, weil er seinen Gleiter nicht gut genug steuern konnte. Um das Fliegen zu meistern, sagte er sich, ist das Steuersystem ebenso wichtig wie die aerodynamischen Eigenschaften der Tragflächen. Genau vor diesem Problem stand die Natur Millionen Jahre zuvor und hatte es gelöst. Der Himmel über Ohio war voll von gefiederten Flugkünstlern. Truthahn-Geiern. Ihre Flügel sind für ihr Gewicht sehr groß und daher gewinnen sie Auftrieb aus jeder noch so kleinen Luftströmung. Und ihre Fluglage ist immer stabil. Wilbur versuchte zu entschlüsseln, wie die Geier dieses Kunststück zu Wege brachten. Meine Beobachtungen des Vogels haben ergeben, schrieb er 1900, dass er seinen Flug steuert, indem er die Spitzen seiner Schwingen dreht. Wenn er die rechte Flügelspitze nach oben und die linke nach unten dreht, wird aus dem Vogel eine lebende Windmühle. Wenn sich sein Körper so weit, wie er es wünscht gedreht hat, wird der Prozess einfach umgekehrt. Das Wing Warping, zu deutsch Tragflächenverwindung, war erfunden und revolutionierte die Flugmaschinen der Wrights. Zwar werden Flugzeuge heute längst nicht mehr so gesteuert und das Wing Warping war anfangs eher eine Versuch- und Irrtumentwicklung. Aber es machte den Wright Flyer 3 manövrierbar. Ein komplexes System aus Drähten, die mit dem Steuerknüppel verbunden waren, verdrehte die Tragflächen und lenkte die Flugmaschine nach rechts oder links. Am Bug waren eine Reihe von Höhenruder angebracht, um die Nase zu heben oder zu senken. Der Wright Flyer 3 funktionierte so gut, dass die Brüder seinen Nachfolger, den Wright Model A, nach Frankreich verschifften. Wo sie im August 1908 ihre erste Flugshow veranstalteten. Zum ersten Mal lüfteten die Wrights ihre fliegerischen Geheimnisse und begeisterten das staunende Publikum und vor allem die französischen Flugpioniere. Unter ihnen, leicht erkennbar an seinem spektakulären Schnurrbart, war auch der exzentrische Louis Blériot. Er hatte bereits mehrere Fluggeräte gebaut und Bruch gelandet und fragte sich, wie es Wilbur Wright schaffte, so lange in der Luft zu bleiben und seine Maschine in einem Stück zu landen. Bald war die Antwort klar. Es war das Wing Warping. Doch weder Louis Blériot noch Wilbur Wright wussten in diesem Moment, dass die wahren Meister des Wing Warping direkt neben ihnen flogen. Gegen die Wing Warping-Künste der Insekten sind selbst die Vögel nur Flugschüler. Und das, obwohl Insekten nicht wie Vögel Muskeln und Sehnen in ihren Flügeln haben. Stattdessen erzeugen sie das Warping ihrer Flügel, die aus einem System querverstrebter hohler Rippen bestehen, durch winzige Steuermuskeln an der Flügelbasis. Das gleiche Prinzip wie beim Wing Warping der Gebrüder Wright. Ohne es zu wissen, hatten sie ein riesiges Fluginsekt konstruiert. Die komplexesten Flügel hat die Evolution den Libellen verliehen. Allerdings stiegen Libellen wie diese rund 300 Millionen Jahre vor den Gebrüdern Wright in die Lüfte. Und schon damals waren sie meisterhafte Flieger. Ob vorwärts oder rückwärts fliegen oder schweben, die Bellen verbringen den größten Teil ihres Lebens in der Luft. Manche legen sogar ihre Eier im Flug. Um eine so ungeheuer präzise Flugsteuerung zu erreichen, müssen Libellenflügel, selbst im Mikrobereich, geniale Kunstwerke der Aerodynamik sein. So genial, dass Wissenschaftler immer noch nicht exakt verstehen, wie sie funktionieren. Es ist viel einfacher, anderen Insekten beim Wing Warping zuzusehen. Wenn eine Heuschrecke ihre Flügel nach unten schlägt, springen sie automatisch in eine gebogene Form, wie bei einem Regenschirm. Dieses Gebilde kann sich nicht verbiegen und die Flügel verwandeln sich in steife Tragflächen. Doch beim nach oben schlagen geben die Flügel wieder nach und produzieren daher weniger Luftwiderstand. Die Miniaturwelt von Fluginsekten ist voller Wunder. Noch vor ein paar Jahren konnten sich Wissenschaftler kaum erklären, wie Insekten überhaupt fliegen können. Insektenflügel von der Größe unserer Jets würden nicht funktionieren. Aber in ihrer kleinen Welt sind sie so effizient, dass sie bei jedem Schlag zwei bis dreimal so viel Auftrieb produzieren können, wie eine entsprechende Flugzeugtragfläche. Denn in diesem kleinen Massstab verhält sich Luft völlig anders, wenn sie über den Flügel eines Insekts gleitet. Beim Schlagen produzieren Flügel eigentümliche Luftwirbel. Wenn ein Insekt seine Flügel nach unten bewegt, entstehen solche Wirbel über den vorderen Flügelkanten. Und genau diese drehenden Luftkegel verleihen den Insektenflügeln den größten Teil des Auftriebs, den sie brauchen. Im Flug haben die Insekten die Welt erobert und die entferntesten Gebiete erreicht. Und jedes Jahr fliegen Wanderfalter wie Admiral, Distelfalter und Postiljung aus dem Süden nach Nordeuropa. Manche dieser Schmetterlinge erreichen schließlich das Meer. Doch für ein Insekt, das fliegen kann, ist der Ärmelkanal kein Hindernis. Wann sollte auch der erste Mensch den englischen Kanal überfliegen? Die englische Tageszeitung Daily Mail hatte einen Preis von 1000 Pfund für den ersten Flugpionier ausgeschrieben, der mutig oder verrückt genug war, den Ärmelkanal fliegend zu überqueren. Eine unwiderstellliche Herausforderung für Louis Blériot. Dabei fing der 25. Juli 1909 gar nicht gut an. Als er knapp nach Sonnenaufgang auf seine Maschine zuging, hinkte er. Auf einem früheren Flug hatte er sich seinen Fuss an einem heißen Auspuff verbrannt. Und es sollte noch schlimmer kommen. Ein streunender Hund, der vom ungewohnten Motorenlärm aufgescheucht wurde, hauchte sein Leben aus. In Blériots Propeller. Anders als der Hund kam Blériot mit dem Schrecken davon. Doch die Menge, die seinen Start beobachtete, blieb einigermassen angsterfüllt zurück. Als er in seiner fliegenden Kiste Kurs auf Dover nahm, schätzte Blériot, dass der Flug etwa 30 Minuten dauern würde. Obwohl sein persönlicher Rekord bei 50 Minuten stand, wusste er, dass er sich keinen Fehler erlauben durfte. An einem warmen Sommermorgen sind die Luftstraßen über dem Kanal stark frequentiert. Viele Schmetterlinge können den britischen Winter nicht überleben. Doch im Flug erreichen jedes Jahr wieder andere Immigranten die Insel und kolonialisieren das Vereinigte Königreich aufs Neue. Langstreckenflieger müssen navigieren können. Insekten bestimmen ihren Kurs nach dem Stand der Sonne zur jeweiligen Tageszeit. Blériot allerdings hatte keine Ahnung, wo er sich befand. Er hatte diesen Teil der englischen Küste noch nie gesehen. Und hatte auch keinen Kompass an Bord. Seine einzige Orientierungshilfe war eine Postkarte der weissen Klippen von Dover, auf der der französische Journalist Jarl Fontaine eine gute Stelle zum Überfliegen der Klippen markiert hatte. Und für den Notfall sollte Fontaine genau dort stehen und eine grosse französische Flagge schwingen. Blériot hatte mehr Glück als Verstand, dass er die englische Küste erreichte. Plötzlich sah ich am Rand einer Öffnung, die in den Klippen auftauchte, einen Mann allein mitten in einem Feld stehen und verzweifelt die Tricolore schwingen, erzählte Blériot. Ich habe nicht normal zur Landung angesetzt, sondern mich regelrecht hinuntergeworfen. In 20 Metern Höhe schaltete ich die Zündung aus. Nun war es reine Glückssache. Das Fahrgestell war hinüber, aber was soll's? Ich hatte den Ärmelkanal überflogen. Seine selbstgebaute Maschine, mehr oder weniger heil über den Kanal zu fliegen, war eine beeindruckende Leistung für Blériot. Noch beeindruckender ist diese Leistung für einen zerbrechlichen Falter mit 5 Zentimetern Flügelspannweite. Dabei gibt es Schmetterlinge, die weit grössere Distanzen zurücklegen. Wenn in Nordamerika der Herbst in der Luft liegt, brechen die Monarchfalter zu ihrem grossen Flug nach Süden auf. Die Falter, die im Süden Kanadas starten, fliegen mehr als 3000 Kilometer, bis sie ein ganz bestimmtes Waldstück an einem Hang der Sierra Madre in Mexiko erreichen. Das ist nicht bloß eine unglaubliche Ausdauerleistung. Die Monarchen vollbringen auch ein Wunder an Navigation. Denn schließlich sammeln sich alle Monarchfalter aus dem gesamten nordamerikanischen Kontinent in diesem einen kleinen Wald in Mexiko. Ein lebendiges Denkmal für den Triumph des Fliegens. Nicht nur Tiere und heute wir Menschen sind gute Langstreckenflieger. Auch Pflanzen. Viele Pflanzenarten haben Flugsamen entwickelt. Doch keiner hat bessere aerodynamische Eigenschaften als dieser. Der Samen einer tropischen Kürbisart aus Südostasien namens Zanonia Makrokarpa, der selbst bei Windstille 300 Meter weit fliegen kann. Die Zanonia-Samen gleiten so effektiv, dass ihr Design den österreichischen Flugpionier Igo Ettrich zum Bau eines äußerst erfolgreichen Flugzeugs inspirierte. Erst konstruierte er eine ganze Reihe von Gleitern nach dem Vorbild der Zanonia-Samen. Und dann ein Motorflugzeug, mit dem er hoffte, der österreichisch-ungarischen Monarchie eine Vormachtstellung in der Luft zu erobern. Allerdings bezog sich der Name, den Ettrich für seine Maschine wählte, auf deren Vogelform und nicht auf dem Pflanzensamen, mit dem alles begonnen hatte. Ettrichs legendäre Taube war geboren. Neun Monate nach Blerios Überflug des Ärmelkanals hob die Ettrich-Taube zu ihrem Jungfernflug ab. Am 17. Mai 1910 bewies sie ihre Lufttauglichkeit beim ersten österreichischen Überlandflug von Wiener Neustadt nach Wien. Die Taube flog so gut, dass Ettrich sie von einem deutschen Werk in Serie bauen liess. Doch ein Symbol für den Frieden war Ettrichs Taube nicht. Sie war der erste Bomber der Luftfahrtgeschichte. 1911 warf die Kriegstaube Bomben über Libyen ab. 1914 bereits über Paris. Denn Europa war nun im Krieg und das Flugzeug wurde zur Waffe. Der erste Weltkrieg löste einen wahren Luftfahrt. Boom aus und ließ Flugzeugingenieure mit speziellen Flugzeugtypen für unterschiedliche Einsätze experimentieren. Die deutsche Fokker DR1 hatte drei kurze Tragflächen übereinander, die ihr die gleiche Flügelfläche verliehen wie die eines langen Flügels. Doch die kürzere Spannweite machte sie extrem wendig. Ihr Gegner in der Luft, der englische Bristol Fighter, war ein grösserer Doppeldecker mit zwei langen Tragflächen, deren Luftwiderstand geringer war als beim deutschen Dreidecker. Daher war er nicht sehr wendig, dafür aber schneller als die Fokker. Auch die Natur kennt diese Kompromisse in der Luft und hat verschiedene Fliegertypen für verschiedene Aufgaben entwickelt. Und wie der Mensch hat auch die Natur eine Luftwaffe hervorgebracht. Der Wanderfalke ist auf tödliche Schnelligkeit getrimmt. Lange, dünne Flügel reduzieren den Luftwiderstand und machen den Wanderfalken zum schnellsten Jäger der Lüfte. Seine Opfer sind andere Vögel, die er in vollem Flug schlägt. Seine Lieblingsbeute in Europa sind Tauben. Was im Ersten Weltkrieg dazu führte, dass Wanderfalken abgeschossen wurden. Da die Falken keinen Unterschied zwischen Brieftauben und Strassentauben machten. Doch fliegen, um zu töten, ist nicht nur eine Konstruktionsfrage. Beide, Wanderfalke wie Kampfpilote, brauchen auch taktisches Geschick. Im Nahkampf hätte der Bristol-Fighter die Fokker nie ausmanövrieren können. Seine Chance lag im Überraschungsmoment. Schnelles Zuschlagen aus großer Flughöhe verleiht jedem Jäger einen entscheidenden Vorteil. Selbst aus dieser Höhe können die scharfen Augen eines Wanderfalken, der mehrere hundert Meter tiefer fliegenden Taube, folgen. Falke wie Pilot versuchen, das Opfer zu verwirren und suchen im gleißenden Sonnenlicht Tarnung. Im Sturzflug erreichen Pilot wie Falke die gleiche Geschwindigkeit, um die 250 Kilometer pro Stunde. In der Natur gibt es Jagdflieger in jeder Größe. Diese fremdartigen Augen sind Bewegungsmelder mit tödlicher Präzision. Sie suchen im Dickicht der Beifusssträucher im amerikanischen Westen alles, was klein ist und fliegt. Diese Augen gehören Raubfliegen, den Luftpiraten der Insektenwelt. Wenn sie den besten Platz suchen, um unvorsichtige Reisende aus dem Hinterhalt zu überfallen, zeigen sie all ihre Flugkünste. Sie fliegen vorwärts, rückwärts, seitwärts und vollführen präzise Punktlandungen. Was macht Raubfliegen zu so faszinierenden Flugakrobaten? Ein Teil der Antwort liegt in ihrer evolutionären Herkunft begründet. Sie sind eben Fliegen. Alle Fliegen haben nur ein Flügelpaar, die Vorderflügel. Die hinteren Flügel sind zu zwei kleinen Knoten verkümmert, den sogenannten Schwingkölbchen. Wenn die Fliege etwa enge Wendungen und Kurven fliegt, werden die schweren Schwingkölbchen aus ihrem Schlagrhythmus gebracht. Winzige Sensoren registrieren diese Veränderungen und geben die Daten an das Fliegengehirn weiter. Exakt das Prinzip des Kreiselkompasses, der die Grundlage der gyroskopischen Navigationssysteme in modernen Jets bildet. Raubfliegen setzen diese Technologie ein, um kurze und blitzschnelle Angriffe zu fliegen. Mit tödlicher Effizienz. Nach erfolgreicher Jagd saugen sie die Beute mit ihren Mundwerkzeugen aus, bis nur mehr der leere Chitinpanzer übrig bleibt. Raubfliegen fliegen so schnell, dass sie selbst Grashüpfer mitten im Sprung erwischen können. Doch manche Insekten sind selbst für Raubfliegen zu groß. Im Frühling wandern die Monarchfalter zurück nach Norden und durchfliegen dabei das Land der Raubfliegen. Es sind dieselben Schmetterlinge, die im vergangenen Jahr nach Süden geflogen sind. Doch diesmal fliegen sie nicht nonstop zurück, sondern machen Halt und legen ihre Eier auf Wolfsmilchgewächsen ab. Aus den Eiern schlüpfen Raupen und verwandeln sich schließlich in Falter, die dann die Reise ihrer Eltern nach Norden fortsetzen. Nur einmal machen sie eine Zwischenlandung, um ihrerseits für Nachwuchs zu sorgen. Im Hochsommer erreichen diese Monarchen wieder das südliche Kanada, die Ur-Urenkel jener Falter, die von Mexiko gestartet sind. Manche erreichen sogar Neufundland an der kanadischen Nordwestküste. Ein spektakulärer Langstreckenflug für einen so kleinen Flieger. Nur 16 Jahre nach Kitty Hawk war die Menschheit bereit für ihren ersten Non-Stop-Langstreckenflug. Zwei britische Piloten, Captain John Alcock und Lieutenant Arthur Whitton Brown, nahmen am 14. Juni 1919 als erste die 3000 Kilometer lange Strecke über den gefürchteten Nordatlantik in Angriff. Die Schwierigkeiten begannen gleich nach dem Start von Neufundland. Als sie Kurs auf Irland nahmen, baute sich ein riesiges Wolkengebirge vor ihnen auf und nahm ihnen die Sicht auf den Horizont und die Sonne. Ein gewaltiger Atlantiksturm braute sich zusammen. Doch umfliegen konnten sie nicht. Sie mussten durch. Ihre modifizierte Vickerswimi, eine große und schwere Maschine, wurde vom Sturm wild herumgeworfen. Und ohne freie Sicht auf die Sonne hatten Alcock und Brown auch keine Ahnung, wo sie sich befanden oder wohin sie flogen. Und sie waren nicht die einzigen. Jedes Jahr werden auch Monarchfalter von diesen Stürmen erfasst. Und auf den Atlantik hinausgeweht. Völlig verloren im Sturm versuchten Alcock und Brown verzweifelt zumindest einen flüchtigen Blick auf die Sonne zu erhaschen. Doch nun wurde es dunkel. Irgendwann nach Mitternacht durchbrachen sie schliesslich die Balkenbank. Endlich konnten sie sich am Mond orientieren. Und nahmen Ostkurs auf Irland. Nach einem 16-stündigen Albtraum, mitten in einem nordatlantischen Sturm, lag die irische Küste vor ihnen. John Alcock fasste seine Leistung später mit typisch britischem Understatement zusammen. Gestern war ich in Amerika. Heute bin ich in Europa. Und ich bin der Erste, der das von sich sagen kann. Er richtete seine mitgenommene Maschine zur Landung auf einer grünen Wiese aus. Nur um festzustellen, dass diese Wiese ein feuchtes irisches Moor war. Ein unverdientes Ende dieses spektakulären Fluges. Doch noch spektakulärer ist die Tatsache, dass in manchen Jahren auch hunderte Monarchfalter die ungewollte Atlantikquerung überleben. Und in Nordwesteuropa landen. Allerdings machen auch sie gewissermaßen Bruchlandung. Ohne Wolfsmilchgewächse, auf die sie ihre Eier legen könnten, sind sie hier zum Tod verurteilt. Alcox und Browns Vickers Vimy war ein umgebauter Bomber aus dem Ersten Weltkrieg. Ein großes Flugzeug für seine Zeit. Doch zwei Jahre später hatten manche Ingenieure noch größere Träume. Der Italiener Gianni Caproni baute 1921 den ersten Jumbo der Geschichte. Einen monströsen Neundecker mit einer Flügelspannweite von 30 Metern. Ein Wasserflugzeug, das die nordatlantische Route mit mehr Passagierkomfort als Alcox und Browns umgebauter Bomber fliegen sollte. Die plumpe Caproni CA-60 sollte mehrere Testflüge unternehmen. Beim ersten hob sie sogar ab. Kurz zumindest. Doch dieser erste Flug war zugleich auch ihr letzter. Die Caproni CA-60 war ihrer Zeit einfach zu weit voraus. Obwohl die Größe eines Flugzeugs kein wirkliches Problem darstellt. Heute fliegen viel größere Jets um die Welt. Die Natur hingegen hat tatsächlich Größenprobleme beim Fliegen. Je grösser ein Jet ist, desto mehr Schub braucht er. Also entwickeln die Flugzeugbauer immer leistungsfähigere Turbinen. Doch die Natur hat nur eine Antriebsart. Muskeln. Und die Leistung, die Muskeln erzeugen können, ist begrenzt. Je grösser ein Vogel wird, desto mehr Muskeln braucht er und desto schwerer wird er. Irgendwann ist die Grenze erreicht. Der Leistungszuwachs der Muskeln kann deren grösseres Gewicht nicht mehr ausgleichen. Und das ist die Grenze für muskelbetriebenen Flug. Ein Höckerschwan. Der Start verbraucht am meisten Energie. Der Schwan muss kämpfen, um abzuheben. Aber sobald er schnell genug ist, erzeugt die Vorwärtsbewegung jene Luftströmungen über seinen Flügeln, die dem Schwan genug Auftrieb verleihen, um in die Luft zu gehen. Singschwäne sind die schwersten Langstreckenjets der Natur. Jeden Frühling verlassen sie die britischen Inseln und fliegen 1000 Kilometer nonstop nach Island. Dabei erreichen sie eine Fluggeschwindigkeit von 90 Kilometer pro Stunde. Und schaffen so die ganze Reise in nur 12 Stunden. Die Körpergröße entscheidet darüber, wie ein Tier fliegt. Kleine Vögel haben große Energiereserven und können akrobatische Kunststücke fliegen, von denen ein Schwan nicht einmal träumen würde. Zum Beispiel schweben. Allerdings verbraucht der Schwebflug viel Energie. Nur winzige Vögel wie die Kolibris können scheinbar ohne Ende schweben. Ihre Flügel sind steifer als die anderer Vögel. Allerdings rotieren ihre kleinen Schwingen an der Flügelbasis. Sie produzieren also beim Hinauf- und Hinunterschlagen Auftrieb. Daher können Kolibri schweben und, wenn sie wollen, auch rückwärts fliegen. Sie haben eine solche Kontrolle in der Luft, dass sie ihr Nest in vollem Flug bauen und es mit zarter Spinnenseide umwickeln können, ohne dass der Faden reisst. Obwohl es so aussieht, ist das kein Kolibri, sondern ein Insekt, ein Falter. Das Taubenschwänzchen ist etwa so groß wie ein kleiner Kolibri und präsentiert sich als ebenso gewandter Schwebflieger. Bei 80-facher Zeitlupe zeigt sich, dass sie dieselbe Technik wie ein Kolibri verwendet. Auch seine Flügel rotieren förmlich und produzieren beim Hinauf- und Hinunterschlagen den nötigen Auftrieb. Unsere Hubschrauber funktionieren nach demselben Prinzip. Die Flügel eines Helikopters sind seine Rotoren. Sie sind ständig in Bewegung und produzieren daher ständig Auftrieb. Auch wenn sich der Helikopter selbst nicht bewegt. Anfang der 30er Jahre war die Luftfahrt so weit fortgeschritten, dass ein noch größeres und gefährlicheres Abenteuer in Angriff genommen werden konnte. Im Frühling 1933 starteten zwei Westland-Doppeldecker in Nordindien. Sie wollten versuchen, eine Flughöhe von 10.000 Metern zu erreichen und den Mount Everest zu überfliegen. Das ist die Reiseflughöhe von modernen Langstreckenjets. Doch die beiden Doppeldecker bestanden nur aus Holz und Segeltuch. Die Piloten Lord Clydesdale und Flight Lieutenant McIntyre und die beiden Fotografen auf den Rücksitzen Colonel Blacker und ein gewisser Mr. S. R. Bonnet waren nur mit beheizbaren Anzügen und improvisierten Sauerstoffmasken ausgerüstet. Doch sie stiegen immer höher und höher. Der Plan war, Fotos von der noch unerforschten Landschaft unter ihnen zu schießen. Um gute Bilder zu bekommen, mussten die Fotografen den Sicherheitsgurt öffnen und sich über die Seite des Cockpits hinauslehnen. Zu ihrer völligen Verwunderung trafen sie in der klirrend kalten Luft über dem höchsten Berg der Welt auf. Vögel. Streifengänse überwintern in Nordindien und brüten auf dem Hochplateau Tibets. Und die einzige Route zwischen diesen beiden Gebieten führt über den Himalaya. Streifengänse können in Höhen von 9000 Metern fliegen. Wie moderne Passagiermaschinen nützen sie in dieser Höhe die Jetstreams zur Beschleunigung und schaffen so die 1000 Kilometer lange Reise in weniger als einem Tag. Die beiden Doppeldecker überflogen den Gipfel des Everest nur um einige hundert Meter. Genau in diesem Moment versagte bei Bonnert die Sauerstoffzufuhr. Hier oben ist der Sauerstoffgehalt der Luft um zwei Drittel niedriger als auf Meereshöhe. Daher litt der Mann bald unter üblen Magenschmerzen und schwerer Benommenheit. Glücklicherweise fand er das Loch in der Leitung noch rechtzeitig und konnte es mit einem Lappen stopfen. Ein Mensch kann in dieser Höhe ohne künstliche Sauerstoffversorgung kaum überleben. Doch den Streifengänsen macht die dünne Luft überhaupt nichts aus. Wie alle Vögel verfügen sie über eine Reihe von Luftsäcken, die mit den Lungen verbunden sind. Wenn sie atmen, wird die Luft nur in eine Richtung durch die Lunge gepresst. Auf diese Weise absorbieren sie viel mehr Sauerstoff als unser einfaches Einausatmungssystem und können so genügend Flugenergie tanken. Selbst für solche Höhenrekorde. Heute, ein Jahrhundert nach dem ersten Flug der Menschheit, sind unsere Flugzeuge überall und haben das Design der Aeroplane à la Wright & Co. längst hinter sich gelassen. On Board Computersysteme steuern riesige Maschinen und reagieren unmittelbar auf Strömungsveränderungen, um die Fluglage eines Jets zu stabilisieren. Genauso wie das Gehirn eines Vogels die Flügel über blitzschnelle Reflexe kontrolliert. Haben wir also den fliegerischen Vorsprung der Natur schon aufgeholt? Nein. Selbst die Flügel einer Straßentaube haben aerodynamische Eigenschaften, von denen Flugzeugingenieure nur träumen können. Der Taubenflügel verändert ständig seine Form, indem die einzelnen Federn übereinander gleiten. Sie fächern sich auf für den Start oder falten sich zusammen für höhere Fluggeschwindigkeiten. Und anders als Flugzeugtragflächen sorgen sie nicht nur für Auftrieb, sondern sind auch ein zweiter Antrieb, weil durch das Flügelschlagen auch Vorwärtsschub entwickelt wird. Die Flieger der Natur sind ausgefeilter als jeder Flugapparat, den wir bisher erfunden haben. Nur in einer Hinsicht haben wir die Natur überflügelt. Wir fliegen heute höher, schneller und weiter. Nur sechs Jahrzehnte, nachdem die Gebrüder Wright in ihrem zerbrechlichen Aeroplan über den Prärien Ohio gekreist waren, durchbrach der erste Passagierjet die Schallmauer. Und dann, nur wenige Monate später, flog die Menschheit zum Mond. Apollo 11 hatte einen kleinen Teil des Wright Flyer 1 an Bord. Bei seinem ersten Flug flog er nur 40 Meter weit. Doch sein letzter, 64 Jahre später, war ein Rundflug von fast einer Million Kilometer. Wenn wir in einem Jahrhundert zu weit gekommen sind, wohin führt unsere Flugreise in Zukunft? Noch höher hinauf, noch schneller, noch weiter? Vor einem Jahrzehnt war die Antwort noch ein klares Ja. Doch heute werden Konzepte entwickelt, die die Natur schon seit Jahrmillionen praktiziert. Die Evolution hat in der Natur das Fliegen gleich mehrmals erfunden, weil es die energiesparendste Fortbewegungsweise ist. Von der Concorde kann man das nicht behaupten. Nur 100 Jahre nach dem ersten Flug der Gebrüder Wright wurde der Überschalljet ausgemustert. Die Concorde ist nur mehr altes Eisen. Heute arbeiten die Konstrukteure an Flugzeugtypen, die vor allem sparsam mit Treibstoff umgehen. Und in dieser Hinsicht werden wir der Natur immer hinterherfliegen. Nur mit der Energie des südpolaren Windes fliegt ein schwarz-braun-Albatross mit kaum einem Flügelschlag nonstop um die Welt. Die Concorde war schön und elegant. Doch gegen das Resultat von Millionen Jahren Evolution konnte sie nicht bestehen. Die Concorde war chancenlos. Gegen die Überflieger der Natur. Gegen die Überflieger der Natur. Genauso wie das Gehirn eines Vogels die Flügel über blitzschnelle Reflexe kontrolliert. Haben wir also den fliegerischen Vorsprung der Natur schon aufgeholt? Nein. Selbst die Flügel einer Straßentaube haben aerodynamische Eigenschaften, von denen Flugzeugingenieure nur träumen können. Der Taubenflügel verändert ständig seine Form, indem die einzelnen Federn übereinander gleiten. Sie fächern sich auf für den Start oder falten sich zusammen für höhere Fluggeschwindigkeiten. Und anders als Flugzeugtragflächen sorgen sie nicht nur für Auftrieb, sondern sind auch ein zweiter Antrieb, weil durch das Flügelschlagen auch Vorwärtsschub entwickelt wird. Die Flieger der Natur sind ausgefeilter als jeder Flugapparat, den wir bisher erfunden haben. Nur in einer Hinsicht haben wir die Natur überflügelt. Wir fliegen heute höher, schneller und weiter. Nur sechs Jahrzehnte, nachdem die Gebrüder Wright in ihrem zerbrechlichen Aeroplan über den Prärien Ohio gekreist waren, durchbrach der erste Passagierjet die Schallmauer. Und dann, nur wenige Monate später, flog die Menschheit zum Mond. Apollo 11 hatte einen kleinen Teil des Wright Flyer One an Bord. Bei seinem ersten Flug flog er nur 40 Meter weit. Doch sein letzter, 64 Jahre später, war ein Rundflug von fast einer Million Kilometer. Wenn wir in einem Jahrhundert so weit gekommen sind, wohin führt unsere Flugreise in Zukunft? Noch höher hinauf, noch schneller, noch weiter? Vor einem Jahrzehnt war die Antwort noch ein klares Ja. Doch heute werden Konzepte entwickelt, die die Natur schon seit Jahrmillionen praktiziert. Die Evolution hat in der Natur das Fliegen gleich mehrmals erfunden, weil es die energiesparendste Fortbewegungsweise ist. Von der Concorde kann man das nicht behaupten. Nur 100 Jahre nach dem ersten Flug der Gebrüder Wright wurde der Überschalljet ausgemustert. Die Concorde ist nur mehr altes Eisen. Heute arbeiten die Konstrukteure an Flugzeugtypen, die vor allem sparsam mit Treibstoff umgehen. Und in dieser Hinsicht werden wir der Natur immer hinterherfliegen. Nur mit der Energie des südpolaren Windes fliegt ein schwarz-braun-Albatross mit kaum einem Flügelschlag nonstop um die Welt. Die Concorde war schön und elegant. Und dann fliegen. Wie moderne Passagiermaschinen nützen sie in dieser Höhe die Jetstreams zur Beschleunigung. Und schaffen so die 1000 Kilometer lange Reise in weniger als einem Tag. Die beiden Doppeldecker überflogen den Gipfel des Everest nur um einige hundert Meter. Genau in diesem Moment versagte bei Bonnert die Sauerstoffzufuhr. Hier oben ist der Sauerstoffgehalt der Luft um zwei Drittel niedriger als auf Meereshöhe. Daher litt der Mann bald unter üblen Magenschmerzen und schwerer Benommenheit. Glücklicherweise fand er das Loch in der Leitung noch rechtzeitig. Und konnte es mit einem Lappen stopfen. Ein Mensch kann in dieser Höhe ohne künstliche Sauerstoffversorgung kaum überleben. Doch den Streifengänsen macht die dünne Luft überhaupt nichts aus. Wie alle Vögel verfügen sie über eine Reihe von Luftsäcken, die mit den Lungen verbunden sind. Wenn sie atmen, wird die Luft nur in eine Richtung durch die Lunge gepresst. Auf diese Weise absorbieren sie viel mehr Sauerstoff als unser einfaches Ein-Aus-Atmungs-System. Und können so genügend Flugenergie tanken. Selbst für solche Höhenrekorde. Heute, ein Jahrhundert nach dem ersten Flug der Menschheit, sind unsere Flugzeuge überall. Und haben das Design der Aeroplane à la Wright & Co. längst hinter sich gelassen. On-Board Computersysteme steuern riesige Maschinen und reagieren unmittelbar auf Strömungsveränderungen, um die Fluglage eines Jets zu stabilisieren. Genauso wie das Gehirn eines Vogels die Flügel über blitzschnelle Reflexe kontrolliert. Haben wir also den fliegerischen Vorsprung der Natur schon aufgeholt? Nein, selbst die Flügel einer Straßentaube haben aerodynamische Eigenschaften, von denen Flugzeugingenieure nur träumen können. Der Taubenflügel verändert ständig seine Form, indem die einzelnen Federn übereinander gleiten. Sie fächern sich auf für den Start oder falten sich zusammen für höhere Fluggeschwindigkeiten. Und anders als Flugzeugtragflächen sorgen sie nicht nur für Auftrieb, sondern sind auch ein zweiter Antrieb, weil durch das Flügelschlagen auch Vorwärtsschub entwickelt wird. Agate. Obwohl mich der Wind oft stark hin und her schleuderte und ich zuweilen einen Tanz in der Luft ausführen musste, um das Gleichgewicht zu behaupten, schrieb Lilienthal im Dezember 1895, so gelang mir doch stets die glückliche Landung. Acht Monate später gelang sie ihm nicht. Lilienthals Tod lehrte die Gebrüder Wright eine wichtige Lektion. Wilbur erkannte, dass Lilienthal abstürzte, weil er seinen Gleitern nicht gut genug steuern konnte. Um das Fliegen zu meistern, sagte er sich, ist das Steuersystem ebenso wichtig wie die aerodynamischen Eigenschaften der Tragflächen. Genau vor diesem Problem stand die Natur Millionen Jahre zuvor und hatte es gelöst. Der Himmel über Ohio war voll von gefiederten Flugkünstlern. Truthahn-Geiern. Ihre Flügel sind für ihr Gewicht sehr groß und daher gewinnen sie Auftrieb aus jeder noch so kleinen Luftströmung. Und ihre Fluglage ist immer stabil. Wilbur versuchte zu entschlüsseln, wie die Geier dieses Kunststück zu Wege brachten. Meine Beobachtungen des Vogels haben ergeben, schrieb er 1900, dass er seinen Flug steuert, indem er die Spitzen seiner Schwingen dreht. Wenn er die rechte Flügelspitze nach oben und die linke nach unten dreht, wird aus dem Vogel eine lebende Windmühle. Wenn sich sein Körper so weit, wie er es wünscht gedreht hat, wird der Prozess einfach umgekehrt. Das Swing Warping, zu deutsch Tragflächenverwindung, war erfunden und revolutionierte die Flugmaschinen der Wrights. Zwar werden Flugzeuge heute längst nicht mehr so gesteuert und das Swing Warping war anfangs eher eine Versuch- und Irrtumentwicklung. Aber es machte den Wright Flyer 3 manövrierbar. Ein komplexes System aus Drähten, die mit dem Steuerknüppel verbunden waren, verdrehte die Tragflächen und lenkte die Flugmaschine nach rechts oder links. Am Bug waren eine Reihe von Höhenruder angebracht, um die Nase zu heben oder zu senken. Der Wright Flyer 3 funktionierte so gut, dass die Brüder seinen Nachfolger, den Wright Model A, nach Frankreich verschifften. Wo sie im August 1908 ihre erste Flugshow veranstalteten. Zum ersten Mal lüfteten die Wrights ihre fliegerischen Geheimnisse und begeisterten das staunende Publikum und vor allem die französischen Flugpioniere. Unter ihnen, leicht erkennbar an seinem spektakulären Schnurrbart, war auch der exzentrische Louis Blériot. Er hatte bereits mehrere Fluggeräte gebaut und bruchgelandet und überhaupt fliegen können. Insektenflügel von der Grösse unserer Jets würden nicht funktionieren. Aber in ihrer kleinen Welt sind sie so effizient, dass sie bei jedem Schlag zwei- bis dreimal so viel Auftrieb produzieren können, wie eine entsprechende Flugzeugtragfläche. Denn in diesem kleinen Massstab verhält sich Luft völlig anders, wenn sie über den Flügel eines Insekts gleitet. Beim Schlagen produzieren Flügel eigentümliche Luftwirbel. Wenn ein Insekt seine Flügel nach unten bewegt, entstehen solche Wirbel über den vorderen Flügelkanten. Und genau diese drehenden Luftkegel verleihen den Insektenflügeln den grössten Teil des Auftriebs, den sie brauchen. Im Flug haben die Insekten die Welt erobert und die entferntesten Gebiete erreicht. Und jedes Jahr fliegen Wanderfalter wie Admiral, Distelfalter und Postiljung aus dem Süden nach Nordeuropa. Manche dieser Schmetterlinge erreichen schließlich das Meer. Doch für ein Insekt, das fliegen kann, ist der Ärmelkanal kein Hindernis. Wann sollte auch der erste Mensch den englischen Kanal überfliegen? Die englische Tageszeitung Daily Mail hatte einen Preis von 1000 Pfund für den ersten Flugpionier ausgeschrieben, der mutig oder verrückt genug war, den Ärmelkanal fliegend zu überqueren. Eine unwiderstellige Herausforderung für Louis Blériot. Dabei fing der 25. Juli 1909 gar nicht gut an. Als er knapp nach Sonnenaufgang auf seine Maschine zuging, hinkte er. Auf einem früheren Flug hat er sich seinen Fuß an einem heißen Auspuff verbrannt. Und es sollte noch schlimmer kommen. Ein streunender Hund, der vom ungewohnten Motorenlärm aufgescheucht wurde, hauchte sein Leben aus. In Blériots Propeller. Anders als der Hund kam Blériot mit dem Schrecken davon. Doch die Menge, die seinen Start beobachtete, blieb einigermassen angsterfüllt zurück. Ohio zurück, um ihre Fluggeräte weiterzuentwickeln. Zwei Jahre später konnte der Wright Flyer 3 bereits fast eine Stunde in der Luft bleiben. Ein Teil ihres Erfolgs lag in der genauen Naturbeobachtung. Allerdings war dieser Erkenntnisprozess alles andere als einfach. Was die Fotografie von Kitty Hawk nicht zeigt, ist der Umstand, dass der Wright Flyer 1 eigentlich unmöglich zu fliegen war. Er war extrem instabil. Orville Wright konnte ihn kaum in der Luft halten. Und schafft es auch nicht länger als jene legendären 12 Sekunden. Und das war schon eine übermenschliche Leistung. Den Flug zu steuern und zu stabilisieren. Auch die Natur musste diese Probleme lösen. Vögel müssen auf die sich ständig verändernden Windströmungen mit tausenden winziger Kurskorrekturen reagieren. Über Jahrmillionen hat ihnen die Evolution Reflexe angeboren, die wir nie erlangen werden. Diese Rotschultersterlinge reagieren so schnell, dass jeder Vogel seinen Kurs in Sekundenbruch teilen, an den des Nachbarn, anpassen kann. Nur so kann sich dieser dichte Schwarm wie ein einziger riesiger Flugkörper bewegen. Im Winter 1903 waren die Wrights in North Carolina von diesen Schwärmen umlagert, von denen einer bis zu 10 Millionen Vögel umfassen kann. Diese Überlegenheit in der Luft muss ihnen wie eine Verhöhnung vorgekommen sein. Sie kämpften damit, in einer geraden Linie wenigstens ein paar Sekunden in der Luft zu bleiben. Dennoch machten sie schnell Fortschritte. Nur zwei Jahre später hatten die Wrights das erste praktikable Flugzeug entwickelt. Und nun ging die Menschheit wirklich in die Luft. Wilbur Wright starb 1912. Doch sein Bruder erlebte noch den ersten Düsenjet. Und nur 60 Jahre nach Orwells erstem Flug landete die Menschheit auf dem Mond. Allerdings war unser Start in den Himmel ziemlich holprig. Die meisten frühen Flugzeugdesigns setzten eher auf einen Fingerzeig Gottes als auf die Gesetze der Aerodynamik. Der große Fehler lag darin, dass wir die Natur zugetreu kopierten. Die Annäherung schien offensichtlich. Wenn Flügel schlagen Vögel fliegen lässt, warum nicht auch uns? Doch all diese Maschinen, so genial sie auch waren. Der erste Weltkrieg löste einen wahren Luftfahrtboom aus. Und ließ Flugzeugingenieure mit speziellen Flugzeugtypen für unterschiedliche Einsätze experimentieren. Die deutsche Fokker DR1 hatte drei kurze Tragflächen übereinander, die ihr die gleiche Flügelfläche verliehen wie die eines langen Flügels. Doch die kürzere Spannweite machte sie extrem wendig. Ihr Gegner in der Luft, der englische Bristol Fighter, war ein grösserer Doppeldecker mit zwei langen Tragflächen, deren Luftwiderstand geringer war als beim deutschen Dreidecker. Daher war er nicht sehr wendig, dafür aber schneller als die Fokker. Auch die Natur kennt diese Kompromisse in der Luft und hat verschiedene Fliegertypen für verschiedene Aufgaben entwickelt. Und wie der Mensch hat auch die Natur eine Luftwaffe hervorgebracht. Der Wanderfalke ist auf tödliche Schnelligkeit getrimmt. Lange, dünne Flügel reduzieren den Luftwiderstand und machen den Wanderfalken zum schnellsten Jäger der Lüfte. Seine Opfer sind andere Vögel, die er in vollem Flug schlägt. Seine Lieblingsbeute in Europa sind Tauben. Was im Ersten Weltkrieg dazu führte, dass Wanderfalken abgeschossen wurden. Da die Falken keinen Unterschied zwischen Brieftauben und Strassentauben machten. Doch fliegen, um zu töten, ist nicht nur eine Konstruktionsfrage. Beide, Wanderfalke wie Kampfpilote, brauchen auch taktisches Geschick. Im Nahkampf hätte der Bristol Fighter die Fokker nie ausmanövrieren können. Seine Chance lag im Überraschungsmoment. Schnelles Zuschlagen aus großer Flughöhe verleiht jedem Jäger einen entscheidenden Vorteil. Selbst aus dieser Höhe können die scharfen Augen eines Wanderfalken, der mehrere hundert Meter tiefer fliegenden Taube, folgen. Falke wie Pilot versuchen, das Opfer zu verwirren und suchen im gleißenden Sonnenlicht Tarnung. Über hundert Meter tiefer fliegenden Taube folgen. Falke wie Pilot versuchen, das Opfer zu verwirren und suchen im gleißenden Sonnenlicht Tarnung. Im Sturzflug erreichen Pilot wie Falke die gleiche Geschwindigkeit, um die 250 Kilometer pro Stunde. In der Natur gibt es Jagdflieger in jeder Größe. Diese fremdartigen Augen sind Bewegungsmelder mit tödlicher Präzision. Sie suchen im Dickicht der Beifußsträucher im amerikanischen Westen alles, was klein ist und fliegt. Diese Augen gehören Raubfliegen, den Luftpiraten der Insektenwelt. Wenn sie den besten Platz suchen, um unvorsichtige Reisende aus dem Hinterhalt zu überfallen, zeigen sie all ihre Flugkünste. Sie fliegen vorwärts, rückwärts, seitwärts und vollführen präzise Punktlandungen. Was macht Raubfliegen zu so faszinierenden Flugakrobaten? Ein Teil der Antwort liegt in ihrer evolutionären Herkunft begründet. Sie sind eben Fliegen. Alle Fliegen haben nur ein Flügelpaar, die Vorderflügel. Die hinteren Flügel sind zu zwei kleinen Knoten verkümmert, den sogenannten Schwingkölbchen. Wenn die Fliege etwa enge Wendungen und Kurven fliegt, werden die schweren Schwingkölbchen aus ihrem Schlagrhythmus gebracht. Winzige Sensoren registrieren diese Veränderungen und geben die Daten an das Fliegengehirn weiter. Exakt das Prinzip des Kreiselkompasses, der die Grundlage der gyroskopischen Navigationssysteme in modernen Jets bildet. Raubfliegen setzen diese Technologie ein, um kurze und blitzschnelle Angriffe zu fliegen. Mit tödlicher Effizienz. Ein komplexes System aus Drähten, die mit dem Steuerknüppel verbunden waren, verdrehte die Tragflächen und lenkte die Flugmaschine nach rechts oder links. Am Bug waren eine Reihe von Höhenroder angebracht, um die Nase zu heben oder zu senken. Der Wright Flyer 3 funktionierte so gut, dass die Brüder seinen Nachfolger, den Wright Model A, nach Frankreich verschifften. Zum ersten Mal lüfteten die Wrights ihre fliegerischen Geheimnisse und begeisterten das staunende Publikum und vor allem die französischen Flugpioniere. Unter ihnen, leicht erkennbar an seinem spektakulären Schnurrbart, war auch der exzentrische Louis Blériot. Er hatte bereits mehrere Fluggeräte gebaut und Bruch gelandet und fragte sich, wie es Wilbur Wright schaffte, so lange in der Luft zu bleiben und seine Maschine in einem Stück zu landen. Bald war die Antwort klar. Es war das Wing Warping. Doch weder Louis Blériot noch Wilbur Wright wussten in diesem Moment, dass die wahren Meister des Wing Warping direkt neben ihnen flogen. Gegen die Wing Warping-Künste der Insekten sind selbst die Vögel nur Flugschüler. Und das, obwohl Insekten nicht wie Vögel Muskeln und Sehnen in ihren Flügeln haben. Stattdessen erzeugen sie das Warping ihrer Flügel, die aus einem System querverstrebter hohler Rippen bestehen, durch winzige Steuermuskeln an der Flügelbasis. Das gleiche Prinzip wie beim Wing Warping der Gebrüder Wright. Ohne es zu wissen, hatten sie ein riesiges Fluginsekt konstruiert. Die komplexesten Flügel hat die Evolution den Libellen verliehen. Allerdings stiegen Libellen wie diese rund 300 Millionen Jahre vor den Gebrüdern Wright in die Lüfte. Und schon damals waren sie meisterhafte Flieger. Ob vorwärts oder rückwärts fliegen oder schweben, die Bellen verbringen den grössten Teil ihres Lebens in der Luft. Manche legen sogar ihre Eier im Flug. Um eine so ungeheuer präzise Flugsteuerung zu erreichen, müssen Libellenflügel, selbst im Mikrobereich, geniale Kunstwerke der Aerodynamie der Luft, muss ihnen wie eine Verhöhnung vorgekommen sein. Sie kämpften damit, in einer geraden Linie wenigstens ein paar Sekunden in der Luft zu bleiben. Dennoch machten sie schnell Fortschritte. Nur zwei Jahre später hatten die Wrights das erste praktikable Flugzeug entwickelt. Und nun ging die Menschheit wirklich in die Luft. Wilbur Wright starb 1912. Doch sein Bruder erlebte noch den ersten Düsenjet. Und nur 60 Jahre nach Orwells erstem Flug landete die Menschheit auf dem Mond. Allerdings war unser Start in den Himmel ziemlich holprig. Die meisten frühen Flugzeugdesigns setzten eher auf einen Fingerzeig Gottes als auf die Gesetze der Aerodynamik. Der große Fehler lag darin, dass wir die Natur zugetreu kopierten. Die Annäherung schien offensichtlich. Wenn Flügel schlagen Vögel fliegen lässt, warum nicht auch uns? Doch all diese Maschinen, so genial sie auch waren, erhoben sich niemals in die Lüfte. Einige Pioniere verfolgten einen völlig anderen Weg und legten den Grundstein für den Durchbruch der Gebrüder Wright. Lange bevor Wilbur und Orwell vom Fliegen träumten, war der deutsche Ingenieur Otto Lilienthal davon überzeugt, dass das Geheimnis des Fliegens in der Beherrschung des Gleitflugs lag. Obwohl es sich dessen nicht bewusst war, tat Lilienthal genau das, was die Natur Millionen Jahre vor ihm getan hatte. Im Gleitflug können Tiere sehr schnell große Distanzen überwinden, ohne viel Energie zu verbrauchen. Eine effiziente Art der Fortbewegung. Vor allem in einem Wald mit hohen Bäumen. Selbst Tiere, an die man dabei kaum denkt, wie Frösche und Echsen, sind gute Gleitflieger. Der Borneo-Flugfrosch hat die Schwimmhäute zwischen seinen Zehen zu Gleitschirmen umgebildet und segelt damit mühelos durch den nächtlichen Wald. Und der Faltengecko verfügt über ausgeklügelte Hautmembranen am Körper und am Schwanz, die sich in der Luft öffnen und einen perfekten Gleitflug ermöglichen. Doch die besten Gleitflieger sind die Säugetiere. In Australien segeln viele verschiedene Beuteltiere durch die nächtlichen Wälder. Etwa diese Kurzkopf-Gleitbeutler. Wie alle anderen Gleitsäuger hat er Hautfalten entwickelt. Wann sollte auch der erste Mensch den englischen Kanal überfliegen? Die englische Tageszeitung Daily Mail hatte einen Preis von 1000 Pfund für den ersten Flugpionier ausgeschrieben, der mutig oder verrückt genug war, den Ärmelkanal fliegend zu überqueren. Eine unwiderstellliche Herausforderung für Louis Blériot. Dabei fing der 25. Juli 1909 gar nicht gut an. Als er knapp nach Sonnenaufgang auf seine Maschine zuging, hinkte er. Auf einem früheren Flug hat er sich seinen Fuß an einem heißen Auspuff verbrannt. Und es sollte noch schlimmer kommen. Ein streunender Hund, der vom ungewohnten Motorenlärm aufgescheucht wurde, hauchte sein Leben aus. In Blérios Propeller. Anders als der Hund kam Blériot mit dem Schrecken davon. Doch die Menge, die seinen Start beobachtete, blieb einigermassen angsterfüllt zurück. Als er in seiner fliegenden Kiste Kurs auf Dover nahm, schätzte Blériot, dass der Flug etwa 30 Minuten dauern würde. Obwohl sein persönlicher Rekord bei 50 Minuten stand, wusste er, dass er sich keinen Fehler erlauben durfte. An einem warmen Sommermorgen sind die Luftstraßen über dem Kanal stark frequentiert. Viele Schmetterlinge können den britischen Winter nicht überleben. Doch im Flug erreichen jedes Jahr wieder andere Immigranten die Insel und kolonialisieren das Vereinigte Königreich aufs Neue. Langstreckenflieger müssen navigieren können. Insekten bestimmen ihren Kurs nach dem Stand der Sonne zur jeweiligen Tageszeit. Blériot allerdings hatte keine Ahnung, wo er sich befand. Er hatte diesen Teil der englischen Küste noch nie gesehen. Und hatte auch keinen Kompass an Bord. Seine einzige Orientierungshilfe war eine Postkarte der weissen Klippen von Dover, auf der der französische Journalist Charles Fontaine eine gute Stelle zum Überfliegen der Klippen markiert hatte. Und für den Notfall sollte Fontaine genau dort stehen und eine grosse französische Flagge. Vielen Dank. Vielen Dank.